Welchen Schmerz auch immer die Leidenschaften verursachen mögen, so darf man keinen Kummer des Lebens mit jenem vergleichen, den der Tod heranträgt. Ich habe einen Fehler gemacht, aber doch kein Verbrechen begangen. Verlass mich nicht, sonst bringe ich mich um. Dann nimm die nächste, die daherkommt. Wovon sprichst du überhaupt? Ist diese ganze Sache unwiederbringlich? Nichts ist unwiederbringlich. Meine Geschichte ist schnell und simpel erzählt. Sie lieben kann ich nicht mehr. Auch kann ich keine andere lieben. Ich dachte darüber nach, warum Gott sie erschuf. Und ich sagte mir, wohl damit diejenigen geheilt werden, die leiden. Mit diesem Tag hat sich mein Leben verändert. Sie haben meine Freundschaft. Ich wünschte, sie hätten die Kräften, mir die ihre länger zu erhalten. Was hat mich bisher gehindert, ihnen meine Liebe zu gestehen? Die Furcht, sie zu verlieren. Als sie dessen gewahr wurden, haben sie dennoch nicht aufgehört, mich zu sehen. Ich bin schon alt. Ich habe nicht mehr viel Zeit, von dir gelebt zu werden. In der Liebe wird man oft betrogen und verletzt. Man ist oft unglücklich, aber man sagt sich, ich habe geliebt. Noch habe ich den Mut, daran zu glauben. Glücklich sind jene, die ihrer Zeit entkommen. Was hat mich weiterhin mit einer Liebe 사를 anh dashboarden? hyponistisch, wenn eine Frau mal suche, complimentary undamento. Noch nicht, ich bin noch ex alter. Gobierno ist mehr in der Sch jarge.